Wann ist jetzt das Chamby-Mann? Hm, das wollte ich in Eger. Ah! Ich komme mir nicht zurecht, okay. Okay, jetzt. Ähm, welcher Tag ist heute? Achso, das ist ja schon... Oh, fuck, ich verpasste das Chamby. Jetzt ist es voll Pinter, das schaffe ich nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Mach, 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 mach. Ich habe zu lange gebraucht. Leute, es ist 11.29 Uhr. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Was ist dahin, das Chamby, das schaffe ich nicht. Please. Lass es mich schaffen. Nein, es ist vorbei. Um eine Minute. Bitte. Nein. Nein, 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 nein. Ich hasse mein Leben. Always and forever. Come and join the celebration. A party to remember. Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal im Moment gezeugt. Ich weiß nicht, meine Antwort ändert sich immer irgendwie. Egal. Heute ein wunderschönes Chamby-Video. Ich weiß nicht, wie viele Chambys ich machen werde. Vielleicht nur eins. Aber wie ihr vielleicht gerade eben mitbekommen habt. Geile Sache übrigens. Habe ich das Chamby verpasst. Um zwei Sekunden. Und das nächste Chamby ist ein Pony-Chamby. Das heißt, ich habe mich umsonst jetzt hier umgezogen. Also ihr seht jetzt wahrscheinlich alles in Schnelldurchlauf. Und dann bricht es irgendwann ab, weil ich auf jeden Fall dann zum Chamby schon mal reiche und mich auf keinen stelle und dann nebenbei ein bisschen was anderes mache. Genau. Viel Spaß. Okay, ich habe mich gerade die letzten paar Sekunden angemeldet. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Es tut mir so leid. Ich war auf Kaya. Let's go. Let's go. Let's go. Renn. 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 Ja, es hat mich schon wieder... Nein. Ja, es hat mir nicht... Oh, Scheiße. Okay. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Das hat mich ausgebremst. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Das war jetzt echt... Oh Gott, das will, das war jetzt echt... Uh. Uh. Okay. Ich bin nicht allzu gut, ne? Ja. Ja, geil. Dankeschön. Danke für nichts. Okay. Fünfte wäre natürlich cool. Dritte wäre besser. Oder vierte. Na, vierte eigentlich nicht. Und es leckt. Und es leckt. Und es leckt. Ja, dankeschön für nichts. Danke für nichts. Warum hat's geleckt jetzt? Das ist eine berechtigte Frage. Danke. Ich reg grad irgendwie nicht so viel. Ich weiß auch nicht, wieso. Hast du diese Ecke? Und raus. So, ich hätte jetzt auf jeden Fall gesagt, das war's mit dem kurzen, aber coolen Video, denke ich. Also, ich hoffe, das war cool. Wow. Wenigstens ein bisschen unterhaltsam. Und ja, ich hätte gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.